So, da bin ich wieder im Hintergrund Punkmusik und heute machen wir wieder hier auf diesem YouTube-Channel was richtig geil ist. Wir benutzen mein Lieblings-Tool, ein Rohr. Wir gehen einfach zum Schlosser und sagen, hey Schlosser, ich will ein kleines Rohr. Gebt den an einem, zumal in die Pappelkasse und Bums macht das. Hier ist nämlich so ein toller Konusring, der muss auf das Ding drauf, irgendwie, um das Tolle hier in die Karte zu kloppen. Und jetzt kommt mein Lieblings-Part vom ganzen Rappen. Geil! Nicht? Tschüss!